Identitätsfeststellung online. Ganz einfach mit dem Smartphone. Eine neue App macht das jetzt möglich. Das Startup-Unternehmen NECT hat eine Technologie entwickelt, mit der Nutzer sich digital ausweisen und so direkt und ohne Wartezeit zum Beispiel Versicherungsverträge oder Bankkonten abschließen können. Dafür muss man lediglich ein Video von sich aufnehmen und seinen Personalausweis filmen. Die Überprüfung der Identität erfolgt dann automatisch. Das, was der Mensch normalerweise bei einer Ausweiskontrolle macht, also sprich gucken, welche Sicherheitsmerkmale sind vorhanden, ist das wirklich auf dem Foto die gleiche Person, all diese Dinge habe ich gesagt, das muss man doch auch maschinell verarbeiten können, respektive mit der Kraft der künstlichen Intelligenz verarbeiten können. Und mittlerweile können wir halt eben sogar nachweisen, dass es sogar sicherer ist als das, was ein Mensch kann. Ein Jahr lang haben Benni Jürgens und Carlo Ulbrich nach einer erfolgversprechenden Idee zur Gründung eines eigenen Unternehmens gesucht und mit ihrem Selfie-Ident-Verfahren schließlich einen echten Volltreffer gelandet. 22 Unternehmen nutzen die Technologie bereits. Bis Ende des Jahres werden es 40 sein. Nur vier Jahre nach der Produktentwicklung wird dann bereits jeder zweite Deutsche die Nekt-App nutzen können, um sich digital auszuweisen. Glückwunsch, die Identifizierung war erfolgreich.